Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge hier, hier auf dem Arsch. Ja, ja, Silo zumachen. Also nach dem letzten Rest reinfahren, von außen ein bisschen putzen. Das sieht hier schon mal ganz gut aus, soll ich meinen. Und noch ein bisschen den Rest rein und dann verdichten und von außen entsprechend ein bisschen reinfahren halt. 100% ist ja nicht voll, aber ich denke, damit können wir leben. Der letzte Mais soll ja als Queller Mais dienen, ganz wichtig. Jetzt haben wir Uhrzeit, halb eins. Das ist ganz gut so. Zumachen und dann den nächsten halb vorbereiten mit Grasflächen kaufen. Die Fahrzeuge müssen alle nochmal vorgetankt werden und repariert werden. Und dann soll hier, wenn das hier gezielt ist. Der Probe Mais ist durch. Dann noch die Grasfläche rein. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Vielleicht ist auch die Analyse entsprechend schon. Ja, mal schauen, wenn möglichst viele neue Fahrzeuge haben. Ja, mal schauen, wenn wir eine richtige Fahrzeuge kriegen, kann man sagen, ne? Erst wollte ich einen Sammelwagen machen. Äh, das werde ich nicht machen. Äh, wir haben eh nur zwei. Deswegen wird das nur mit den Häcksler was, ne? Also im Grunde häckseln und dann direkt mähen lassen. Das dürfte ich jetzt schon lügen, ne? So, verdichten. Können wir mal schauen. jetzt geht so langsam essen hat sich gesetzt guck mal rein also 4.686.000 880 das ist gut so 99 gut lassen wir rumstehen war nicht runter mal gucken da sieht gut aus sauber packen wir hier mal mal was hier reinpasst und gülle und man könnte ja mineral dünger verkaufen mal gucken ob die pgh sagt gleich mal silage reinfahren nicht alles rein so gehen hier auf mit dem ratter da ran fahren oder man ist eh nicht viel tp wie wird die andere zeit das verkehrt jetzt ist er fermentiert 100% war schon gewesen aber halt nicht ja ich sag mal computer programme vor allem nein na gut so früh gelobt millimeter haben wir nicht rein gefahren das muss ja leer sein bevor wir gras einfahren können nicht alles auf schiebt doch ein bisschen ja wenn der platz reichen würde ich zwei jänge dort und wer das ein bisschen entspannter ein bisschen Gleich mal gucken, die Kühe müssen Heu haben, Futterrabotter und was die Schweigenabwehr brauchen. Jetzt haben wir September, den Maklörner Mais, können wir soweit. Sobald er zu hoch ist, lenkt er nicht mehr. Aber wir haben fast leer, das war eh noch ein Hänger. Könnte auch Gas die Lage mit Ballen machen, aber wenn der Gasentrack sehr gut ist, dann kann man langsam fahren. Ganz so schweigen, dass man sich wohl lassen muss, ne? Gaslager haben wir eigentlich, mit Ballenforten da. Ja und verteilt, ne? Wenn's verteilen gehen soll, dann geht's nicht. Das ist ja so komisch dabei. Ich wollte ihn mal umverteilen, also im Prinzip wie der Hake rübergehen. Ich wollte ihn jetzt. Das war's. Gibt es gar nicht. Oh. Das Silo wird ein bisschen dauern, bis es verkehrt ist. So, wir können morgen schauen. Das Gras. So, sauber. Yeah. Uff. Alles läuft. Jetzt müsste ich den LKW haben irgendwo. Ich kann den LKW mehr fahren. Was steht denn da oben? Der Anhänger war da oben. Ihr könnt ja auch lose Reu reinfahren, ne? Aber dann werden die Ballen zumindest weg. Was genau fehlt denn hier jetzt? Euer hat gesehen. Euer ist leer. Stroh ist... 419, das kann nicht sein. Das muss weniger sein. Und die Lage ist auch leer. Da haben wir die Lage, die wir aus normalen Dings nehmen müssten. Gülle. Ich bin hier angezeigt. Die macht nix. Aber hier vorne angezeigt ist ich auch nicht. Du, ne? Du, Gülle. 140.000, ne? Das ist nicht viel. Das ist noch vorhanden. Ich müsste mal mit Futterbeschwangen. Eure und die Lageballen mischen. Da wird ja auch gehen. Ich brauche nur eine Alpfutter ein. Ist doch Futterbeschwangen. Da. Dann die Gras-Hilage. Äh, geht auch nicht rein. Ich müsste mir den Stahl von Castor nehmen. Da wird es gehen. Rein technisch gesehen. Mal gucken, wieviel ich Anhänger reinfahren kann. Wie lange es ausreicht, ne? Mischung. Meine Wutter ist nix. Da können die Kühe. Probleme. So. Ungefähr 70% Gras-Hilage rein. Ah, sie juckt. 60 prozent er ist treu weiß gar nicht genau ob das lange reichen würde das ganze problem wenn wir gucken mal aktuell haben wir noch haben wir den stress können wir einen anhänger lassen das können wir ganz beruhigt andere arbeiten durchführen wasser das hätte ich gerne gesehen dann wird die angezeigt dachte schon wer für personalfarming dieser update könnte vielleicht luzerne auch anzeigen wo luzerne braucht schlichtweg kein stickstoff weil sie selber im prinzip stickstoff produzieren mit hilfe von bakterien an ihren wurzeln aber ich wollte mal gucken häckseler wollte ich jetzt umrüsten erstmal waschen unter barriere die warte durchführen alles säubern und dann das vornere teilnäubigen das absturz zeit achtzehn ne kein absturz bei 18 juli ja jetzt machst du folgen zu ende dann wäre es nicht tragisch ja wartung und tanken wie meine und waschen gas erne vorbereiten wir morgen unser wasserfahrer normalerweise könnte ich auch was verkaufen müsste eigentlich auch was da sein jetzt ja auch nein arbeit mit meistern ja auch nein arbeit mit meistern also liebe da hat er keins genommen werde ich schon mal was nehmen dann ist wahrscheinlich ist dann meist bloß ja wir kommen wir vielleicht das geld war schön man es kriegt aber brauchen wir sind was ne eine wiese und ja mal schauen Wenn ich Frühstück hätte, würde ich sagen, ich bin herrlich müde, gehe ich ins Bett, ne? Gut, dankeschön. Das gute Stück. Stellen wir hier ab. Fahren wir zum Händler und kaufen entsprechend das andere Teil. Also im Grunde, wenn ich jetzt mähen würde und dann sammeln würde das Gras, was theoretisch gehen würde, nimmt er ja nicht so auf wie jetzt direkt gemäht, ne? Das schlichtweg kommt ein Spiel her besser. Ich mach das, äh... Direkt, ne? Sieht es hier aus. Würde nichts rumliegen bleiben, so wie hier. Also das ganze Problem. Hier könnt ihr mal was probieren. Äh, zettern, schwatten. Das würde ich gleich mal machen. Dann kriege ich das hier runter das Zeug. Dann... Dann brauchen wir einen freien Traktor. Der wird dafür gehen. Der kann es machen. Okay, wir haben genug vor der Gärten und Schweine. Da bin ich nicht geguckt. Ja, das reicht auch. Dann wachsen die hier nicht ordentlich, ne? Krieg keine Jungtiere. Also was. So, wo haben wir das gute Stück? Ich hab's gestriegelt. Geht nicht weg. Das Gras. Da oben ist es. So. Andere an der Welt rübern, ne? Oder flügen. Das würde ich aber gar nicht. Oh. Stehen wir kehrt rum. Ah. Ja, umbauarbeiten hatte ich auch ganz gerne gemacht. Aber wie gesagt, das hielt aktuell das Geld. Also da... Dann die eher zum Feldkauf. Das ist jetzt einfach ein Versuch wert, auch diesen Gras halt heute machen. So mindestens das meiste runterzukriegen. So, das soll schon mal gewesen sein. Ich hab schon doch einen Start. Jetzt haben wir vergessen. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.